Letzter Guss, bei Mara Salvatrucha. Promis. Das Problem hat einen Namen. El Casper. Wir ziehen alle los und machen ihn fertig. Hey, nein, Homie. Erstmal überlegen, bevor du was vorschlägst. Jetzt wohl wie die Chavalas am Arsch haben, ist das total unmöglich. Dann machen die uns hier platt. Wir sagen's allen weiter. Auch wenn wir ihn nicht sofort kriegen. Irgendwann muss er auftauchen, das ist klar.